hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am ersten april am ersten vierten 2019 mit dem video seelenpartner stande dinge wie du siehst also ich habe hier die skat karten auch wieder mitgebracht und also ich hoffe du hast eine wunderbares wochenende gehabt wir hatten ein wunderschönes wetter gehabt ich habe auch etwas aus zeit für mich gebraucht am wochenende natürlich auch dennoch sind also einige buchungen von euch reingekommen also es ist auch gar nicht so einfach abzuschalten so aber